oh fuck alter wie du hast du mich verarschen herzlich willkommen zu ich mobbe tobi oder auch scram genannt ich habe eigentlich keine chance ohne wache macht mega schwarz zu spielen hier ist es also wir spielen es gerade zu zweit einer ist jeder andere ist mutant und der eine muss versuchen in so ein scheiß radio zu finden und hilfe zu rufen um wegzukommen und der andere muss versuchen denjenigen zu der meine güte nicht mehr er trotz die ranzukommen was hast du überhaupt für eine waffe alles so eine waffe habe ich nie bekommen mit meinem geld ich habe mir den vietnam-destroyer geholt ich habe halt das geld gehabt wenn mir den vietnam-destroyer ist drauf der r ist einfach die beste taste warum ist das r ja warte wir spielen das ist wieder so ein klassischer terrorist auf dem dach alter so ein klassisches quality access game ja auf jeden fall open alpha glaube ich ne aber für das ist eigentlich schon ganz spielbar das ist ganz spielbar also das lag jetzt nicht aber so durch die wand alter okay ich nehme alles zurück ich habe dich nicht ich nehme und ich habe dich ich nehme vor allem die range ne von der waffe das ist krank op kostet das auch die teuerste waffe im spiel kostet auch richtig viel geld woher hast du das geld schweiz cheater indem ich die ganze zeit gedötet habe finde ich ehrlich das geld gegeben NEIN alter irgendwie dieses gefühl du one shot die waffe ey die drückt aber auf headshots halt echt gut oh und das fuck jungen ich bin das scheiß radio nicht ja haben sie gar nicht nein du opfer schon wieder mutant ja hier kann ich auswählen welchen mutant ich sein will ja und ich als peasant kann man sich quasi in die waffe dazu und ich habe jetzt quasi ich bin jetzt ne runde diegel mein freund diegel headshots ahja wahrscheinlich und die klicks alter ich spreng mich in die luft ich habe noch keine ahnung wie aber aber ahja pfff bomp da kam ja die wir im klick was ich hat hier was ich vergleiche ich bin das ja das ich bin ich bin Und dass du als Host einen dezenten Vorteil hast, ist das eventuell möglich. Ich könnte mir das eigentlich gut vorstellen, nein? Nein. Ich höre die Schlangen. Beunruhig mich! Ich steh weg! Digga, wieso? Alter, ich darf schon. Heindlich. Soll ich auch noch besser. Einen Ocean Gun kann ich leider noch nicht kaufen, schade. Genau, und das ist so, hier ist das Radio übrigens, was der jetzt finden muss. Hey, wieso hab ich die Waffe nicht? Hä, wieso hab ich denn jetzt die Waffe nicht durchgekauft hab? Das ist verarsche. Wo bist du? Wo bist du? Ja, genau. Ja. Was? Easy. Ach, komm schon. Und das nehme ich nicht. Du hast doch auch kein Leben mehr, oder? Ja, ich habe immer mehr Leben als du. Ich bin sicher in der 7 Zeit schon, wo das Radio ist, also. Ich bin sicher in der 7 Zeit schon, wo das Radio ist, also. Ich bin sicher in der 8 Zeit schon. Junge! Verpiss dich! Das Spiel! Ohne Witz! Wir merkst du jetzt auf dem offiziellen Server. Das ist lächerlich. Oder ich hoste mal, dann siehst du wie das ist. Das ist kompletter Bullshit, Alter. Warum denn, Jogi? Was denn los? Eier! Aha, er hat das Eier gefunden. Digga, wo schießt du durch welche Lücke hin, Alter? Eier! Eier! Eigentlich habe ich mir den Kopf abschießen, wenn er kommt so. Alter, die sind зд Pig licenses. Und wo denn? Alter, diese dreck Bruce Henry. Warum bist du ein Findми? Nein! Fuck, Alter. Alter, wie du hattest? Du musst mich verarschen. Das ist so lächerlich, Alter. Wie nennst du denn durch den Server dann? Digga, geh mal auf dem Dach runter da. Was ist denn hier los? Boah, ich hör mir die drückte richtig. Digga, no Scope! Komm her! Ja. Nein! Ahja. Ähm, wie schadet das Schwie jetzt hier? Das ist glaub ich nur, ähm, so gegen mich. Einfach nur Toten. Lul. Das war jetzt auch ein schöner Los, boah. Was? Das ist mein Dachboden, okay? Du bist ein Dachboden. Ich glaub 34 Kills lang mal, oder? Würde ich sagen. Okay. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Ist kostenlos. Wir sind reißen. Haben wir noch gar nicht gesagt, gell? Ist es free to play tatsächlich? Free to play, Multiplayer, Early Access, so muss das sein. Eine Kombination, die meistens nicht gut läuft, aber... Das Spiel ist ja da, Alter. Ja. Wo bist du denn eigentlich in der Wiese? Wo bist du? Digga, die Pistole hat überhaupt kein Rage. Die! Die! Oh, Headshot. Oh, nice. Macht Spaß, bis zum nächsten Mal wieder. Serial.